Was ist das Computerinstitut Bamberg? Das Computerinstitut Bamberg ist ein mittelständisches Unternehmen mit derzeit 14 Mitarbeitern und ist im Jahr 1985 an den Markt gegangen und hat 1986 begonnen, Software für die Baustoffindustrie, Transportbeton, Schüttgüter, Asphalt zu erstellen. Deswegen sind wir auf der Bauma, die alle drei Jahre als weltgrößte Baumaschinenmesse unsere Zielgruppe zu 100% repräsentiert.